Die Mannschaft, die heute verliert, muss dann erstmal wieder auf dem Ausruss aufmachen. Also extrem spannend und ich glaube, keiner hat vor der Runde gedacht, dass sich drei Mannschaften so eine heiße Zeit liefern. Ganz herzlich begrüße ich die Europos Schiedsrichter. Ich bin die Milanka Urscheus gegangen. Die Zuschauer, schön, dass manche da gewesen sind, manche noch dazugekommen sind und manche offenbar nicht zu essen noch mal dazustutzen. Die Gäste spielen Nummer 1 mit Kovac. Dann Nummer 2 mit Vasilkowski. Dann Nummer 3 mit Rosenberg. Dann Nummer 4 mit Rosenberg. Mein Patrick Zalke dabei. Der glaube ich auch mit diesen Frauen spielte. Der TV Hirnungsplan macht die Einzelausstellung jetzt nach den Donnern. und generell Schilder, aber heute in der Welt. Matthias Tanzer, Sebastian Hegelberg, unser Bundeskanzler, Schumacher Gebe, Merkenhaus-Leben und Handelskörner, als wir können in der Welt sein. Top 1, Tanzer-Hörmann und Top 2, Hegelberg-Verkette. Auf Tisch 1 spielen Tanzer-Hörmann gegen Vasilykowski Rosenberg und auf Tisch 2 spielen Hegelberg-Verkette gegen Kovac, Kostanov und Kostanov. Ich wünsche euch vielen spannenden Fernverlauf in die dramatischen Ausstellung der ersten Wahl. Kostanov-Meister, glaube ich. So, und hier schwört man sich ein auf den Sieg. Freunde, Brüder, Zelluloid von Artikel.